Hi, ich bin Sascha und ich mache zurzeit mein duales Studium BWL Industrie bei Hans Gruhe. Es gibt einige duale BWL Studiengänge. Was die Fachrichtung Industrie von den anderen unterscheidet und worauf es bei mir ankommt, erfährst du in diesem Video. Wie der Name schon sagt, geht es beim dualen Studium BWL Industrie um Betriebswirtschaft. Das heißt, man lernt, wie ein Unternehmen und der Markt funktionieren. Was BWL Industrie nun aber von den anderen BWL Studiengängen unterscheidet, ist folgendes. Mit dem BWL Industrie Studium erlangst du eine breit gefächerte betriebswirtschaftliche Hochschulausbildung, wodurch du in verschiedensten kaufmännischen Bereichen eingesetzt werden kannst und als Allrounder fungierst. Im Fokus steht das Wissen über Funktionen und Prozesse in einem Industrieunternehmen. Eine wichtige Abteilung ist beispielsweise das Marketing. Was man da so macht, zeige ich euch einfach am besten. Als Betriebswirt erhält man Einblick in verschiedenste kaufmännische Abteilungen, wie zum Beispiel Vertrieb, Einkauf, Personalwesen oder Marketing. Derzeit befinde ich mich in der Praxisphase und unterstütze das Marketing. Zu meinen Hauptaufgaben gehört die Mitorganisation eines Kundenevents im Rahmen des wichtigsten deutschen Etappenrennens im Straßenradsport, der Deutschlandtour. So gehören Organisationsmanagement und Projektmanagement als wesentlicher Bestandteil zu einem betriebswirtschaftlichen Studium. Im Rahmen der Deutschlandtour bin ich aktiv an der Planung eines Kundenevents für unsere Geschäftskunden beteiligt. Dazu gehört beispielsweise ein Location-Vergleich für das Abend-Event der Kunden. Dabei sind wichtige Rahmenbedingungen einzuhalten und eine Kostenanalyse hinsichtlich des verfügbaren Budgets durchzuführen. Aber auch der Aspekt der Kreativität wird für ein Bundesrahmenprogramm und eine ansprechende Einladung benötigt, um schlussendlich ein unvergessliches Event bieten zu können. Falls du nun überlegst, ob du ein duales Studium in diesem Bereich anstrebst, prüfe die folgenden Punkte. Interessierst du dich für wirtschaftliche Zusammenhänge und den Kontakt mit Menschen? Arbeitest du gerne mit Daten und Zahlen und analysierst du sie gerne? Bist du zuverlässig, kommunikativ und bist obendrein ein Organisationstalent? Dann steht dir nichts mehr im Wege. Denn dann bist du bestens gewappnet für die verschiedensten Aufgaben in diesem Bereich. In den unterschiedlichen Abteilungen lernst du die Prozesse im Einkauf, im Vertrieb, im Marketing, im Personal und in der Logistik und in vielen weiteren Bereichen kennen. Mit genügend Motivation und Engagement wirst du dieses Studium erfolgreich meistern und erhältst den Bachelor of Arts. Hier noch die Hard Facts. Um für das duale Studium angenommen zu werden, benötigst du eine abgeschlossene Hochschulreife. Das Studium dauert drei Jahre und ist aufgeteilt in Theorie- und Praxisphasen. Davon verbringst du ca. die Hälfte in der Hochschule in Villingen-Schwenningen. Die andere Hälfte an den Arbeitsorten Schiltach und Offenburg. Die Länge dieser Phasen ist oft unterschiedlich. Eine dauert aber meistens drei Monate. Du findest die Inhalte des dualen Studiums spannend und siehst dich in diesem Beruf? Dann geh den nächsten Schritt für deine Zukunft und bewirb dich bei uns. Falls du Fragen hast, informiere dich auf unserer Webseite hansgrohe-group.com. Mach's gut und wer weiß, vielleicht bis bald! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020